Sollten Sie einmal im Stau stehen, bedingt durch einen Unfall oder einen anderen Notfall, bleiben Sie ganz ruhig. Die Verkehrsmanagementzentrale hat die Situation bereits erfasst und leitet sofort alle Maßnahmen ein. Bleiben Sie im Auto, verlassen Sie den Tunnel nur nach Aufforderung. Die Ampel vor dem Tunnel schaltet automatisch auf Rot und verhindert, dass andere Autos einfahren. Der ASFINAG-Mitarbeiter gibt Ihnen über Ihr Radio alle notwendigen Anweisungen. Sorgen Sie also dafür, dass ein Sender mit Verkehrsfunk eingeschaltet ist. Achtung Autofahrerinnen und Autofahrer, eine Information der Verkehrsmanagementzentrale. Im Tunnel gibt es einen Notfall. Der Verkehr wird deshalb angehalten. Bei Aufforderung, das Auto zu verlassen, gehen Sie zügig zum nächstgelegenen Eingang eines Fluchtwegs. Über den Fluchtweg können Sie den Tunnel sicher verlassen.